Das wäre eine Zürcherpackung. Natürlich wird die Größe des Papiers am Hand des Geschenkes ausgemessen. Verpacken wurden wir auch für alle Anlässe, Geburtstag, Weihnachten. Die Kunden bestellen teilweise telefonisch ihre Geschenke vor und wir bereiten alles vor. Das sind alles Service-Verpackungen. Wir haben noch ein Band versehen. Das wäre eine Zürcherpackung und ich gehe direkt zum Weihnachtsmann.